Hallo und willkommen zum heutigen Getterland mit dem Stefan und dem Max, hallo! Hallo! Hi! So, ich hab schon mal hier angefangen, hier für das Portal, hier für das da, schön zu bauen, weil der Stefan hat uns hier besprochen, da gibt uns gleich diese... Was schau dir das? Wo bist du hingezogen? 1000 Kilometer weg. Außerdem ist es nicht Lacktown, hier läuft alles ganz normal. Ich spiel mit 360 FPS. Und der ist im Keller. Für mich war das halt ein bisschen kackig. Und das im Keller. In welche Richtung bist du gezogen? X-150. Ist mir egal. Z-780. In die Richtung. Kann das sein, dass du hinter dem Vulkan wohnst? Ja, da noch ein Stückchen weiter, der erste große Berg. Warte, ich komm mit dem Deep Dark Portal wieder. Ja, ich hab dir gesagt, ich baue erst deine Rüstung fertig, vorher mach ich nix anderes. Oh, okay. So, um... Oh, hier hinten ist aber auch ne schöne Gegend. Hab ich dir gesagt? Ja. Muss ich schon mal sagen. Ist mir egal. Es gibt grad die Viecher hier auf den Sack, hier mit der Eisenrüstung. Da krieg ich das Mountain Eye auf den Sack hier. Wie mit der Eisenrüstung? Guck mal klar, Alter. Ja. Da war gar nix, ey. Was ist denn das? Oh, ne Bitch. Äh, ne Witch. Hallo? Ich hab mich schon ablenkt. Ach, da ist sie ja. Oh, was ist Stefan? Ach so, ne. Bei dir ne ne ist ne Bitch. Äh, Witch. Äh, 2, 3. Bei dir hat sich von ner Bitch ablenken lassen. Äh. Junge, du lebst ganz schön gefährlich hier auf deinem Turm. Ey, was ist denn hier für rote Textur? Ach, du hast dich grad eingetötet. Äh. Äh. Ja, hallo. So, äh. Äh. Äh, pass auf. Ich weiß ja, das Zeug hier zu. Das ist mir nämlich zu gefährlich. Bauch du das mal. N". Nn. Ach so, ich soll das gleich bauen. Alles klar. Ja. So, dann brauche ich jetzt diese. Da sind die nicht drin. Oder da sind die Controller die ich auf dem Fall bauch bin. Ich beschütze dich dafür. Weil dir unser Enerquill ist fertig. Echt? Ja, so. Laut Dingens arbeitet hier nichts mehr. Doch. Doch noch. Oder? Doch noch. Oh, doch. Alter, der war grad verbacken. Wurde mir grad nicht angezeigt. Aber arbeitet hier doch noch. Hä? Moment mal. Ach, da sind, da sind die Sachen, die ich gerade gesucht habe. So. Hm, wann ist die wohl wieder fertig? Ja, die Ender Query. Ja, ja. Die läuft bestimmt noch ein halbes Jahr oder so. Mit der Größe. Dann bist du irgendwie schon bald fertig. Soll ich noch ein bisschen Strom holen oder so, oder hast du genug? Ich hab... Wie gesagt, Lorium fehlt ein bisschen. Warte, aber ich geh doch mal schnell nach Hause. Ich hol schnell die Lorium. Mama, ich mach mir mal weg, und das find ich die wieder alle. Wir haben nur 8.000, Buddy. Machen wir das erstmal alles provisorisch scheren. Später können wir das später noch erstmal weitermachen. Ja, wir kriegen unser Deep Dark Portal, Junge. Buddy, da kann man in den Deep Dark gehen. Da müssen wir aber ganz viele Fackeln mitnehmen, ne? Oh ja. Mal Deep Dark. Weil da, wenn du in der Dunkelheit bist, da kriegst du in der Dunkelheit, kriegst du Schaden. Und die Viecher sind da doppelt so stark. Alter, die machen uns eh keinen Schaden, aber... Ich hab keinen Bock, durch die Ding zu sterben, durch die Dunkelheit. Ich gehst eh erst, eh, der erste Werbe war, erst da rein, wenn ich den Rüst zu verlieren habe. Oh ja, mach ich jetzt nix mehr. Buddy, bin wir jetzt zu Hause. Naja, nein. Ich war beim Nachbarn, der ausgezogen ist. Hast du den, den, den komischen da? Ja, den komischen, der... Ich glaub, der kommt nicht wieder so weit, wie der weggezogen ist. Gott sei Dank. Hä? Bin ich jetzt zu blöd? Ich hab doch Cable gelockert. Kein kommentiert. Musterkabel, ich kann nur noch mal hier mitbringen, ich bin grad zu Hause. Die ganz großen, ich hab die Kabel eigentlich nicht eingepackt. Warte. Sieben Stück reichen? Ja, reicht. Gut. Ganz schön, ganz schön nebelig da unten. Muss nebelig? Ich muss den Entfernungsnebel mal ausschalten. Hab ich immer mal aus dem Laden, aus dem Laden die Chunkcard relativ langsam. Entfernungsnebel ist extrem ätzend. Warte, ich glaub, ich hab's gleich. Echt? So? Oh, hier ist Schnee, da kommt Schnee bei der Baum. 60k-Zellen. Wann das? Fängst du schon wieder mit irgendwelchen komischen, geschüsselten Fek- Fek-Geroll-Blecken? Wo bist du? Ja. Ich komm nicht irgendwie... So ein Spinner, Alter. So, ist das weg. Die spinnen die Römer. Hab er da. Danke. Ich weiß gar nicht, ob mein Reaktor steht. So, dann kann der putzt das hier rein. Oh Mann. Oh Mann. Oh. Ken, mir ist dir gefehlt jetzt noch. Das ist ja zu blöd. Wer fehlt? Mir fehlen noch 360k. Achso, hier. Äh. Hast du halt Kabel ausgeschissen? Ja. Das ist wie Bandwürme. Ohohoho. Ohohoho. So. Dann gehen wir gleich direkt aus dem Klo. So und so. Nur, nur halt Draht, Digger. Ohoho. Ohohoho. Ich hab gleich keine Dingerns mehr. Warum läuft der jetzt keine Sturmrunde? Sind die leer? Riftnummer, da wirst du gar nicht leer sein. Oder hab ich die verkehrten erwischt? Pulling, Pulling, Pulling. Mach mal, mach mal, mach mal. Äh, warte. Achso. Sollte auch eventuell Sturm drauf durchlaufen. Blödel. Äh, so. Jetzt geht's besser, oder? Du musst da unten eventuell auch den Anschluss regeln. Achso. Wenn du da eine Item-Ausgabe machst, dann geht das natürlich nicht. So, er mit Crafting Terminal. Uh, oh, ja, Alter, zu viele Bögen drin alle. 81K Netter Rack. Das hat ein schönes. Oh, Enderperl. Adi, nicht grief, ne? Das kann keiner anstabil in geht's. Ja, warte doch. Ich hab noch nicht mal alle Dinge rausgeholt. Oh, ah, deit. Warte, hier muss man glauben gehen. Obwohl, hier sei ich nichts Interessantes. Das ist ja, das ist ja so gesichert. Ja, hier ist eh nichts Interessantes. Wo ist noch euer Eisen? Ja, ihr habt ja gar kein Eisen. Oh, 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 oh. Nur gut, dass, nur gut, dass der Ding ausgeschalten ist, Alter. Sonst wäre jetzt, ja, sonst wäre jetzt alles weg. Hier kam gerade ein Creeper um die Ecke und hat sich direkt losgejagt. Was machst du mit den 69K-Eisen, bist du bescheuert? Alles am Rauchen. Alles am Rauchen. Hammer bauen, Forgehammer. Ich kann überhaupt kommen, jetzt nur Dinge zu rennen. Oh, jetzt hat er schon 164K, Nether Rack. Solltest du vielleicht Nether Rack mal ein bisschen verbrauchen? Ja, ich weiß noch nicht wie genau. Wohin? Genau. Recycler. Genau. Recycler und Scrapboxen draus machen. Da ballern wir unseren ganzen Böhm rein. Warte mal, hm, was gibt's, da ist nix. Da muss ich bald noch Overclocker bauen, aber erst muss ich die Rüstung fertig machen. Kurz, dieser hat aus dem Tempo nix drauf. Ich prügel dich gleich kaputt. Weil die Ausländer fertig gerüstet hat. Wart mal, ähm, wie war das? Nuke. Nein, Buddy. Nein, Buddy. Nein? Ich wollte es bei einem Nachbarn bauen. Das ist weit genug weg. Obwohl, 500 Meter? Wie viel? Na, knapp 600 Meter? Na ja, die Strahlung müsste, hm, ja, obwohl dürfte reichen. Na, Scham. Also stell dann, falls bei dir irgendwann mal ein Loch ist, ne? Wir waren es nicht. Na ja. Warum haben wir so viel Uranium eigentlich? So viel Uranium, das bringt halt die Enderquery mit. Ja, die nötigen uns quasi zum Bau eines Atomreaktors. Ja, wie soll, ne? Müssen wir aber bauen. Ich habe jetzt sogar einen schönen Platz gefunden, hier unten. Stefan. Ja, hinten. Zu viele Disketten, aber egal. Oh. So. Die, 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 die. Ach, das ist ja, wenn du die findest. Wen finde ich? Ja, Mann. Hä? Die Unstable? Ja. Die sind jetzt irgendwo auf der Festplatte. Ja, sind drauf. Sind drin. Äh, die sind aber stabil, ne? Ich weiß, weil ich die Ingalls gemacht habe. Achso, das... Die Nuggets. Achso. Die waren halt umgewandelt. Hier, ähm, für einen Umzug. Hier ein bisschen Wolle, ein bisschen Eisen, ein bisschen Kohle. Salz habe ich noch gefunden. Brot habe ich leider keins dabei, sonst hättest du Salz im Brot bekommen, aber... Nein. Was machst du da? Unstable Ingot. Kann ich jetzt einfach rausnehmen, oder fliege ich dann auch in die Luft? Du fliegst gleich direkt in die Luft. Ich habe Angst. Nein. Spaß, normalerweise kannst du dich eigentlich rausnehmen. Bau mal. Bau mir, das sieht dark. Bei dir hat er Angst. Ja, ich fasse dich nicht an, Alter. Ich habe keinen Bock, da in die Luft zu fliegen. Ich gehe mal lieber in die Sicherheit. Und schon jede Menge in die Luft geflogen. Aber noch kein Unstable Ingot, weil der reißt nämlich ein richtiges Loch, Alter. Au, ja. Das ist wie Anti-Materie, Junge. Beste Welt hat auch nur den ganzen A-Walk-Locker drin. Hallo? Ja, da fehlt noch was. Dann muss ich jetzt den Loch wegnehmen. Da haben wir uns alles in die Luft geflogen. Was fehlt noch? Ich habe dir... Jetzt bauen wir das doch mal. So gut wie Null. Hallo, ich habe dir für alles gegeben, ne? Ja. Also gut, Null, äh. Die habe ich schon da. Aber ich habe dir auch das mittlere Teil gegeben, dieses... So, zack, so. Koppel. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Du hast ihn irgendwo noch in deinem Lager. Oh, ich wurde angewagt. Was? Say what? Ah, ah! Haugen! Na, kann passen nicht. Kann ich nicht. Jetzt! Buddy! Buddy! Danke, Stefan. Danke, 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 danke. Ja, ja, ja. Kein Ding. Ich habe einen Liebdagportal. Ja, ja, mir, ja. Echt? Ich muss hier noch bauen. Scheiße auf die... Scheiße da rauf, Buddy. Nein. Lass uns das Team da gehen. Nein. Ich baue jetzt zu Ende. Wollen wir gleich die Enderquellbetriebe aufbauen? Ja, ja. Hä? Na, warte, jetzt willst du... Wollen wir uns gleich aufbauen, oder nicht? Kannst du machen. Ich baue das aber erst hier zu Ende. Kannst machen, was du willst. Ich baue das hier zuerst zu Ende. Ach, Buddy. Ich baue ganz viel wie von Iron. Hallo, Geschick. Ich baue ganz viel. Ja, ganz viel was? Ich find Iron. Braucht man eigentlich hier schon da bis Latze die zum Verzaubern? Nein. Nein. Er ist eine Entwachtung. Okay. Warte, ich hier mit Verzaubern. Mit was? Komm hier hoch. Warte. Ja? Da, da. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Äh. Wie heißt man so ein tolles Buch bauen? Ja, Schuckerkenn habe ich reingeschmissen. Nee, ich muss gerade ein Buch bauen. Ja, Schuckerkenn habe ich reingeschmissen. Was willst du denn verzaubern? Eine Sache? Ja, ich will einfach nur, ähm, äh, Haltbarkeit haben. Kombus. Haltbarkeit. Haltbarkeit war anbeugen, ne? Ja. Siehst du die Rezepte irgendwo? Da oben steht Rezept. Wo? Das oben rechts, das ist ein Blatt. Hier läuft es echt viel, viel flüssiger. Ach, das sehe ich bei mir nicht. Ah, okay. Perfect. Ach, deswegen hast du XP-Boost drauf. Nein, Unwaking. Unwaking 1, ne? Ja. Oder so viel wie du haben willst, ne? Ob sie die Arme rauskommt dafür. Und, äh, 6 Enchantment-Levels für Unwaking 1. Äh, äh, Enchantment ist? Äh, äh, 6 Levels? Ja, hab ich, hab ich. So. Also, ich, ich muss jetzt quasi. Ich meine, es quasi, äh, 1, dann muss ich es immer höher zusammen machen, oder was? Hallo, kannst du jetzt hier zusammen, äh, ja, du hast, nein, warte. Weißt du, wenn du Unwaking-Spitz hast, wenn du willst du haben? Äh, irgendwas mit zu haben. Ja. Was eigentlich ist es, Unwaking? Mit 3. Ja, wir machen Unwaking 3 gleich drauf, ne? Die lassen mich draußen. Achso, da, achso, achso, muss ich einfach 3 drauf bringen, okay. Ja, 2. Unwaking 3, okay. 22 Level hab ich. Danke. Und jetzt auf den Hammer, hier, ne? So. Ja, ja. Okay. Ja, es geht mir ja darum, dass, dass hier draußen die, äh, ähm, die Farben endlich mal ein bisschen länger durchfällt. Ich brauche so viel wie von Iron. Hier ist das Prozedere, dass wir so viel wie von Iron morgen müssen. Wir müssen das unbedingt mal automatisch machen. Geht ja alles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Aber immerhin. also hier habe ich stabile fps ja deswegen habe ich das hier aus der stadt aus ja ist auch egal hauptsache du kannst wieder gescheit spielen ging ja vorher gar nicht mit wenig fps hier zu zocken hat ja keinen sinn weil sonst naja egal und dabei gab es genau so gemacht was ich auch gemacht haben oder eisen und so gut ja ich brauche noch ich bin mir nicht sicher wo wo man ist dass die tag eigentlich hinstellen das ist mir relativ scheiße geh mal ganz runter warte 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 muss ich mich natürlich wieder komplett neu aufbauen aber das ist ja alles kein problem wir haben die materialien ja darf sie auch aufs kino ohne probleme bauen das ist kein problem warte 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 passt so oder ja schau schick auf wenn ich mir von den nächsten fachstum alles zusammenpacken ja wir haben keine mehr keine tetherricks mehr oh wir haben 4k 4k storages und 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 gut ich würde noch trotzdem wir haben noch 4k storages drin liegen und haben die nicht mal noch nicht mal ins lager selbst eingepackt ja und die eine aus dem einen ist das was ich habe aus dem Sinn gebaut weil ich die mvk danach baut man ja irgendwie die ah ok weil ich einfach mal Schiff getrunken habe gut nichtsdestotrotz würde ich trotzdem sagen sehen wir uns im nächsten Part wenn sie wieder heißt Gert Oland bis dahin tschüss tschüss Gert Oland bis dahin